Warum Sie mich Verschwörungstheoretiker nennen, ist ganz klar. Wenn ich recht habe, werden wir von da oben gezielt belogen. Wenn man sich anschaut, was mit dieser ganzen Migrationsgeschichte passiert, da holt man Menschen von tausenden Kilometern quer durch x sichere Länder und tut so, als würde das in unserer Gesellschaft keine Probleme auslösen. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Sie wissen ganz genau, was sie tun und sie wissen, dass das massive Probleme machen wird. Und wenn ich recht habe, dann heißt das, dass die uns alle angelogen haben. Und deswegen, bekämpfen Sie mich.